So sparen Sie bei Mobilfunkverträgen bares Geld. Mein Tipp 1, machen Sie sich bewusst, brauchen Sie wirklich eine Flatrate in alle Netze oder reichen wirklich auch 100 Minuten in alle Netze, weil Sie vielleicht noch einen normalen Telefonanschluss haben. Also ganz wichtig, checken Sie, brauchen Sie wirklich eine Flatrate, wenn Sie am Ende sagen, ja gut, ich telefoniere so drei, vier Mal die Woche, dann mit Sicherheit nicht. Tipp 2, checken Sie, welcher Anbieter hat an Ihrem Wohnort das beste Netz? Fragen Sie Angehörige, fragen Sie Freunde, wenn die halt sagen, Vodafone, Telekom oder O2, die funken hier gar nicht richtig, dann würde ich sagen, Hände weg. Tipp 3, sind Sie sich da noch nicht ganz sicher, wie viel Sie telefonieren oder ist das Netz ausreichend, dann schließen Sie erstmal einen Mobilfunkvertrag mit monatlicher Kündigungsfrist ab. Tipp 4, es ist immer günstiger, einen Neuvertrag abzuschließen, statt einen bestehenden zu verlängern. Und Sie können da einen kleinen Trick anwenden, das heißt, Sie kündigen Ihren 24-Monats-Vertrag, parken dann Ihre Nummer bei einem Prepaid-Anbieter und schließen dann von dort aus wieder einen Neuvertrag ab. Ist deutlich günstiger und vielleicht gibt es ja auch noch ein attraktives Handyangebot. Tipp 5, Handy, ganz wichtiges Thema. Lassen Sie sich nicht durch 1-Euro-Smartphone in die Irre führen. Am Ende müssen Sie es doch bezahlen und es kann tatsächlich günstiger sein, wenn Sie einen Vertrag mit günstiger Grundgebühr nehmen und sich das Handy dazu separat kaufen. Lassen Sie sich nicht durchführen. 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 Lassen Sie sich nicht durchführen.